Wir beginnen diese Übung mit der 3-1 Methode. Finde eine bequeme Sitzposition. Schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und während du ausatmest, wiederhole und visualisiere geistig die Zahl 3 dreimal. Level 3 ist für die körperliche Entspannung, wo du lernen kannst, innerhalb von Sekunden von Kopf bis Fuß zu entspannen. Um dir dabei zu helfen, körperlich auf Level 3 zu entspannen, werde ich deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile deines Körpers lenken. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Kopfhaut. Die Haut, die deinen Kopf umschließt. Du entdeckst eine feine Vibration, eine kitzelnde Empfindung, ein Gefühl von Wärme von deinem Kreislauf her. Jetzt entlasse vollständig alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Kopfes und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Konzentriere dein Bewusstsein auf deine Stirn, auf die Haut, die deine Stirn bedeckt. Du entdeckst eine feine Vibration, eine kitzelnde Empfindung, ein Gefühl von Wärme von deinem Kreislauf her. Jetzt entlasse vollständig alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Kopfes und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Konzentriere dein Bewusstsein auf deine Augenlider und das Gewebe, das deine Augen umschließt. Du entdeckst eine feine Vibration, eine kitzelnde Empfindung, ein Gefühl von Wärme von deinem Kreislauf her. Jetzt entlasse vollständig alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Kopfes und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Richte dein Bewusstsein auf dein Gesicht, auf die Haut, die deine Wangen bedeckt. Du entdeckst eine feine Vibration, eine kitzelnde Empfindung, ein Gefühl von Wärme von deinem Kreislauf her. Jetzt entlasse vollständig alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Kopfes und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Konzentriere dein Bewusstsein auf den äußeren Bereich deiner Kehle, auf die Haut, die deinen Hals umgibt. Du entdeckst eine feine Vibration, eine kitzelnde Empfindung, ein Gefühl von Wärme von deinem Kreislauf her. Jetzt entlasse vollständig alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Körpers und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Konzentriere dich auf das Innere deines Halses. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder aus diesem Teil deines Körpers und versetze ihn in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, während wir fortfahren. Konzentriere dich auf deine Schultern. Fühle deine Kleidung in Kontakt mit deinem Körper. Fühle die Haut und die Vibration der Haut, die diesen Teil deines Körpers bedeckt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze deine Schultern in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer geht, jedes Mal. Konzentriere dich auf deine Brust. Fühle deine Kleidung in Kontakt mit diesem Teil deines Körpers. Fühle die Haut und die Vibrationen deines Körpers. Fühle die Haut und die Vibrationen deiner Haut, die deine Brust bedeckt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze deine Brust in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, jedes Mal. Konzentriere dich auf das Innere deiner Brust. Entspanne alle Organe. Entspanne alle Drüsen. Entspanne alle Gewebe einschließlich der Zellen und lass sie in einer rhythmischen, gesunden Weise funktionieren. Konzentriere dich auf deinen Bauch. Fühle die Kleidung in Kontakt mit diesem Körperteil. Fühle die Haut und die Vibrationen der Haut, die dieses Körperteil bedeckt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze deinen Bauch in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, jedes Mal. Konzentriere dich auf deinen Bauchraum. Entspanne alle Organe. Entspanne alle Drüsen. Entspanne alle Gewebe einschließlich der Zellen und lass sie in einer rhythmischen, gesunden Weise funktionieren. Konzentriere dich auf deine Oberschenkel. Fühle die Kleidung in Kontakt mit diesem Körperteil. Fühle die Haut und die Vibration der Haut, die die Oberschenkel bedeckt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze deine Oberschenkel in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, jedes Mal. Spüre die Vibrationen der Knochen in den Oberschenkeln. Jetzt sind diese Vibrationen leicht zu entdecken. Konzentriere dich auf deine Knie. Spüre die Haut und die Vibration der Haut, die deine Knie bedeckt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze deine Knie in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, jedes Mal. Konzentriere dich auf deine Waden. Spüre die Haut und die Vibration der Haut, die deine Waden umgibt. Entlasse alle Spannungen und den Druck der Bänder und versetze diese Körperteile in einen tiefen Zustand der Entspannung, der tiefer und tiefer wird, jedes Mal. Um eine gesündere, tiefere Ebene deines Geistes zu erreichen, konzentriere dich auf deine Zehen. Erreiche eine tiefere, gesündere Ebene des Geistes. Um eine tiefere, gesündere Ebene deines Geistes zu erreichen, konzentriere dich auf die Sohlen deiner Füße. Erreiche eine tiefere, gesündere Ebene des Geistes. Um eine tiefere, gesündere Ebene deines Geistes zu erreichen, konzentriere dich auf die Fersen deiner Füße. Erreiche eine tiefere, gesündere Ebene des Geistes. Nun lasse deine Füße sich anfühlen, als ob sie nicht zu deinem Körper gehören. Deine Füße fühlen sich an, als würden sie nicht zu deinem Körper gehören. Deine Füße fühlen sich an, als würden sie nicht zu deinem Körper gehören. Deine Füße, Fersen, Waden, Knie, Oberschenkel, Bauch, Schultern, Arme und Hände fühlen sich an, als würden sie nicht zu deinem Körper gehören. Du bist jetzt auf einer tieferen, gesünderen Ebene des Geistes. Tiefer als zuvor. Das ist deine körperliche Entspannungsebene Nummer 3. Immer wenn du geistig die Zahl 3 visualisierst und wiederholst, wird sich dein Körper völlig entspannen. So wie jetzt. Und umso mehr jedes Mal, wenn du übst. Nimm einen anderen tiefen Atemzug und während du ausatmest, wiederhole und stelle dir geistig die Zahl 2 vor. 3 Mal. Level 2 ist für die geistige Entspannung, wo Geräusche dich nicht ablenken. Stattdessen werden Geräusche dir helfen, dich mehr und mehr geistig zu entspannen. Um zu lernen, auf der Ebene 2 geistig zu entspannen, werde ich deine Aufmerksamkeit zu verschiedenen passiven Szenen lenken. Sich irgendeine Situation vorzustellen, die dich ruhig und passiv macht, wird dir helfen, dich geistig zu entspannen. Ein schöner Sommertag am Strand könnte eine entspannte und passive Szene für dich sein. Ein Tag draußen beim Fischen könnte eine entspannte und passive Szene für dich sein. Die ruhige und entspannte Szene für dich könnte ein Waldspaziergang sein. An einem wundervollen Sommertag, bei einem lauen Lüftchen, mit großen schattenspendenden Bäumen und wunderschönen Blumen, ein sehr blauer Himmel und gelegentlich eine weiße Wolke. Im Hintergrund zwitschern Vögel und sogar Eichhörnchen spielen auf den Ästen. Höre die Vögel im Hintergrund zwitschern. Das ist geistige Entspannung, Ebene 2, wo Geräusche dich nicht ablenken. Um geistige Entspannung auf der Ebene 2 zu verbessern, übe ruhige und entspannte Szenen zu visualisieren. Um die Grundebene zu erreichen, wiederhole und stelle dir geistig die Zahl 1 vor, 3 Mal. Du bist jetzt auf der Ebene 1, der Grundebene, die du für einen Zweck benutzen kannst, für jeden Zweck, den du möchtest. Um tiefere, gesündere Ebenen des Geistes zu erreichen, praktiziere die Countdown-Vertiefungsübungen. Um zu vertiefen, zähle rückwärts von 100 bis 1 oder von 50 bis 1 oder von 25 bis 1. Wenn du die Zahl 1 erreicht hast, wirst du eine tiefere und gesündere Ebene des Geistes erreicht haben, tiefer als zuvor. Du wirst immer eine vollständige Kontrolle und komplette Herrschaft über deine Sinne und Fähigkeiten haben, auf allen Ebenen des Geistes, einschließlich der außerbewussten Ebenen. Die beste Zeit, die Rückwärtszähl-Vertiefungsübungen zu machen, ist morgens, wenn du aufwachst. Bleibe mindestens 5 Minuten im Bett, um die Rückwärtszähl-Vertiefungsübungen zu machen. Die zweitbeste Zeit zu üben, ist kurz vor dem Schlafen gehen. Die drittbeste Zeit ist am Mittag nach dem Essen. 5 Minuten üben ist gut. 10 Minuten sind sehr gut. Und 15 Minuten sind exzellent. Einmal am Tag zu üben ist gut. Zweimal am Tag zu üben ist sehr gut. Und dreimal am Tag ist exzellent. Wenn du ein Gesundheitsproblem hast, dann übe dreimal am Tag für 15 Minuten. Um dir zu helfen, eine tiefere, gesündere Ebene deines Geistes zu erreichen, werde ich von 10 bis 1 zählen. Auf jeder der absteigenden Zahlen wirst du spüren, wie du tiefer gehst und du wirst eine tiefe, gesündere Ebene des Geistes erreichen. 10 9 Fühle, wie du tiefer gehst. 8 7 6 Tiefer und tiefer 5 4 3 2 Tiefer und tiefer 2 1 Du bist jetzt auf einer tieferen, gesünderen Ebene des Geistes, tiefer als zuvor. Du kannst eine tiefere, gesündere Ebene des Geistes erreichen, indem du einfach deine Augenlider entspannst. Fühle, wie entspannt sie sind. Erlaube diesem Gefühl der Entspannung, langsam durch deinen Körper zu fließen, den ganzen Weg bis zu deinen Zehen. Es ist ein wundervolles Gefühl, tief entspannt zu sein, ein sehr gesunder Seinszustand. Um dir zu helfen, eine tiefere, gesündere Ebene des Geistes zu erreichen, werde ich von 1 bis 3 zählen. In diesem Moment wirst du dich zu deinem idealen Entspannungsplatz projizieren. Ich werde dann aufhören, mit dir zu reden und wenn du das nächste Mal meine Stimme hörst, wird eine Stunde vergangen sein auf dieser Ebene. Meine Stimme wird dich nicht irritieren. Du wirst einen tiefen Atemzug nehmen, entspannen und tiefer gehen. 1, 2, 3. Projiziere dich geistig zu deinem idealen Platz der Entspannung, bis du meine Stimme wieder hörst. Entspann dich. 1, 3. 3, 4. Ver莫f. Entspanne dich, nimm einen tiefen Atemzug und während du ausatmest, entspanne und gehe tiefer. Immer wenn du das Wort entspann dich hörst, alle unnötigen Bewegungen und Aktivitäten deines Körpers, deines Gehirns und Geistes werden sofort verschwinden und du wirst ruhig sein, völlig untätig und entspannt, körperlich und geistig. Der Unterschied zwischen Genie und Laiengeist ist, dass Genies mehr von ihrem Geist benutzen und ihn in einer speziellen Weise benutzen. Du bist jetzt in der Lage, mehr von deinem Geist zu nutzen und ihn in einer bestimmten Art zu benutzen. Das folgende sind wohltuende Statements, die du gelegentlich wiederholst auf diesen Ebenen des Geistes. Sprich mir geistig nach. Meine wachsenden geistigen Fähigkeiten nutze ich, um der Menschheit besser zu dienen. Jeden Tag fühle ich mich auf jede Weise besser, besser und besser. Positive Gedanken bringen mir Gaben und Gelegenheiten, die ich mir wünsche. Ich habe vollkommene Kontrolle und Herrschaft über meine Wahrnehmungsfähigkeiten auf allen Ebenen des Geistes, einschließlich der außerbewussten Ebenen. Ich werde immer einen vollständig gesunden Körper und Geist behalten. Immer wenn du auf diesen Ebenen des Geistes funktionierst, wirst du wohltuende Effekte erhalten, körperlich und geistig. Du kannst diese Ebenen des Geistes benutzen, um deinem Liebsten zu helfen, körperlich und geistig. Du kannst diese Ebenen des Geistes benutzen, um jedem menschlichen Wesen zu helfen, körperlich und geistig. Du wirst diese Ebenen des Geistes ausschließlich auf konstruktive und kreative Weise verwenden. Für alles, was gut, ehrlich, rein, sauber und positiv ist. Und so ist es. Du wirst fortfahren, an konstruktiven, kreativen Aktivitäten teilzunehmen, um eine bessere Welt zu schaffen, in der wir leben. Du wirst die ganze Menschheit in Bezug auf ihr Alter in Betracht ziehen, als Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, Söhne oder Töchter. Du bist ein überlegenes menschliches Wesen, das größeres Verständnis, mehr Mitgefühl und Geduld mit anderen hat. Gleich werde ich von 1 bis 5 zählen und mit meinen Fingern schnipsen. In diesem Moment wirst du deine Augen öffnen, hellwach sein, dich gut und völlig gesund fühlen, besser als zuvor. 1 2 Komme langsam raus 3 Bei 5 Bei 5 wirst du deine Augen öffnen, hellwach sein, dich gut und in völliger Gesundheit fühlen, besser als zuvor. Dich fühlen, als hättest du genau die richtige Menge wiederbelebenden, erfrischenden, entspannenden, gesunden Schlaf gehabt. 4 5 Augen auf Hellwach Du fühlst dich gut und in bester Gesundheit, besser als zuvor. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.